Guten Abend miteinander. Auswärts oder unterwegs ist es nicht immer einfach, leicht zu essen, überflüssige Kalorien zu vermeiden und den Körper trotzdem mit viel wichtiger Nährstoffe zu versorgen. Ein Ausweg bietet GoP Restaurant mit dem Menü Light, den vollwertigen Gericht, der stärkt, ohne zu belasten. Für das Menü Light werden palastreiche Zutaten, frisches Gemüse und fettarmes Fleisch schonend zubereitet. Und weil Geschmäcker so verschieden sind, in immer wieder neuen Varianten zusammengestellt und variiert. Ein Menü Light enthält normalerweise nicht mehr als 300 bis 500 Kalorien. Das Essen liegt also ohne schlechtes Gewissen jederzeit drin. Das Problem könnte höchstens die neue Glassekarte von GoP Restaurant sein, die einem die Wahl wirklich schwer macht. Und weil GoP dieser Sommer 100-jährig wird, gibt es jetzt auch einen reichhaltigen Jubiläumsgub zum Spezialpreis. Am Genfersee, genauer gesagt in Morsch, steht die Teigwarenfabrik von GoP. Aus bestem Hartweizengris und natürlich Eier werden dort nach der neuesten Erkenntnis der Ernährungswissenschaft die vielen verschiedenen Sorten und Formen hergestellt, die den Teigwaren genussend abwechslungsreich machen. Gala-Teigwaren offeriert in der GoP übrigens immer wieder zu Aktionspreisen. Diese Woche zum Beispiel Hörnli. Und weil man diese mindestens ein Jahr lang lagern kann, sollte man da manchmal zugreifen. Wir kommen zum Rezept dieser Woche. Guten Abend. A la minute, ebenfalls eine neue Rezeptserie, die wir Ihnen regelmässig von jetzt an im Koop-Mittwurfsstudio zeigen möchten. Wenn Sie gerne gut kochen, aber wenig Zeit dafür haben, dann dürfen Sie das nicht verpassen. Ich habe hier ein Entrecot-Toubel und bestreiche es mit einer Marinade. Die besteht aus Zitronensaft, Senf, Cognac, Öl, Pfeffer und Paprika. Nachdem decke ich das Fleisch, zudeckt für 2 Stunden, in den Kühlschrank. Ich habe hier ein Pariser Brot längst halbiert und bestreiche es mit einer Mischung aus Anken, presstem Knobli, gehacktem Basilikum und Salz. Dann decke ich das ca. für 10 Minuten in den Ofen. Währenddessen breite ich das Fleisch beidseitig gut. Ich lasse es vor dem Tranchieren aber einen Moment noch stehen, damit der Saft nicht auslaufen wird. Zusammen mit einem Knobli-Brot und einem gemischten Salat gibt es ein feines Zessen für das Zweite. Wie jeden Mittwoch zeigen wir Ihnen jetzt noch ein paar besonders günstige Angebote. Für Ihre Grillparty offeriert Ihnen Kopp ein Kugelgrill zum einmaligen Preis von 75 Franken. Die 5-Pack Lola Schocke gibt es für nur 2,95 Franken. Und zwei paar Wienerli Vakuum verpackt für nur 2,30 Franken. 5 Deziliter Kaffeerahm bekommen Sie bei Coop für nur 2,65 Franken. Und 450 Gramm ausländische Erdbeeren für nur 2,80 Franken. Und das ist das Coop Jubiläumsangebot. Das Kilo Bananen für nur 1,80 Franken. Mit diesen Angeboten sind wir fast am Schluss angelangt. Ich möchte Ihnen nur noch schnell eine Coop-Neuheit vorstellen. Es ist hier ein Nougar mit einer feinen Nouganfüllung. Unwiderstehlich gut und genau die Richtung zum Fernsehen schauen. Tschüss. 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 Vielen Dank.